Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Gäste unserer Stadt, Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich Sie alle hier heute begrüßen kann. Es tut gut, so viele Menschen hier am Brandenburger Tor versammelt zu sehen. Ich begrüße auch ganz herzlich die vielen Ehrengäste, die heute unter uns sind, die vielen Ehrengäste aus dem Ausland und aus den Partnerstädten Berlins. Ihnen allen ein herzliches Willkommen in unserer Stadt, Ihnen allen ein herzliches Willkommen in Berlin. Über 28 Jahre verlief hier an dieser Stelle die Berliner Mauer. Mit aller Härte zementierte sie die Teilung unserer Stadt in zwei Hälften, zwei Systeme, zwei Welten. Doch genau vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. Es war eine friedliche Revolution, mit der die Menschen in Ostdeutschland sich erhoben. Ein Aufbegehren, das gewaltlos, aber voller Wucht war und das nicht nur die Mauer, sondern mit ihr das SED-Regime zu Fall brachte. Hier und an vielen anderen Orten in unserer Stadt ereigneten sich nach dem Mauerfall Szenen des Glücks, die niemand, der sie miterlebt hat, je vergessen wird. Heute erinnern wir gemeinsam an diese Ereignisse, die nun schon eine ganze Generation zurückliegen. Und wir gedenken natürlich der Opfer der SED-Diktatur. Wir erinnern an alle, die in Ostdeutschland und in Mittel- und Osteuropa für ihre Freiheit kämpften und von denen viele den Erfolg dieses Kampfes nicht mehr miterlebten. Wir ehren all jene, die in der DDR gemeinsam ihre Stimme erhoben. Denn die friedliche Revolution war eine unglaubliche Leistung, die großen Zusammenhalt und großen Mut erforderte. Ja, der Einsatz für Freiheit und Demokratie war auch mit großen persönlichen Risiken, mit der Gefahr von Repression und Gewalt verbunden. Auf das große Glück des Mauerfalls folgte hier in unserem Land schon bald das der Wiedervereinigung. Und wir wissen, das wäre nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung der alliierten Schutzmächte und ohne die Unterstützung unserer Partner in Europa und der Welt. Ihnen sind wir zu großem Dank verpflichtet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass heute Vertreterinnen und Vertreter dieser Länder unter uns sind und gemeinsam mit uns diesen Tag feiern. Noch einmal danke und herzlich willkommen. 30 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall, das ist auch ein Anlass, auf den Weg zurückzublicken, den wir in den vergangenen drei Jahrzehnten gegangen sind. Es war kein leichter Weg, denn Mauerfall und Wiedervereinigung brachten große Herausforderungen mit sich, gerade auch in Berlin. Unsere Stadt erlebte einen tiefgreifenden Wandel, den Verlust hunderttausender Arbeitsplätze und harte Jahre der Konsolidierung. In Berlin und dem ganzen Land mussten wir so manche Krise durchstehen und einige Härten meistern. Es ist richtig, im Prozess der Wiedervereinigung ist uns nicht alles sofort und wahrscheinlich auch nicht alles gut gelungen. Und doch gibt es keinen Zweifel daran, dass wir heute auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte schauen. Unser Land und unsere Stadt stehen hervorragend da. Wir haben unseren gemeinsamen Weg mit Mut und Tatkraft beschritten und enorm viel erreicht. Und blicken wir uns um. Hier und überall dort, wo die Mauer Verzweiflung und Tod brachte, pulsiert heute in Berlin das Leben. Berlin ist mit der ganzen Welt verbunden und strahlt in alle Welt aus. Als Stadt der Freiheit, als weltoffene Metropole und als Zentrum von Kultur, von Wissenschaft, Forschung und Innovation. Und überall in Deutschland haben wir heute das unschätzbare Glück, in einer freien, demokratischen, vielfältigen und weltoffenen Gesellschaft zu leben. Ja, meine Damen und Herren, wir können dieses Glück auch annehmen. Der Dank für die großen Erfolge im Prozess der Wiedervereinigung unseres Landes gebührt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich seit 30 Jahren in Ost und West für das Zusammenwachsen und für den Zusammenhalt engagieren. In den Städten und auf dem Land, in der Zivilgesellschaft, in den Unternehmen oder in Politik und Verwaltung. Wir haben in unserem Land mit der Überwindung der Teilung und mit der Wiedervereinigung etwas Einzigartiges geleistet. Und die Erfolge, die wir errungen haben, konnten wir nur gemeinsam erreichen. Heute ist deshalb der Tag, diese Erfolge gemeinsam zu feiern. Denn wir können stolz sein auf das, was wir zusammen geschafft haben. Genauso wissen wir aber auch, die großen Errungenschaften eines Lebens in Freiheit, Demokratie und Frieden mussten nicht nur einmal erkämpft werden. Wir alle sind ebenso gefordert, sie gemeinsam zu bewahren. Und wir werden auch deshalb niemals einen anderen 9. November in unserer Geschichte vergessen. Einen der schlimmsten Tage überhaupt, den 9. November 1938. Deshalb erinnern wir heute auch daran, Leben in Freiheit heißt Verantwortung für die Freiheit. Wir alle werden gebraucht, um Freiheit, Demokratie und ein gleichberechtigtes Zusammenleben zu bewahren und zu stärken. Und das bedeutet, unsere Werte zu verteidigen gegen diejenigen, die sie mit Worten oder mit brutaler Gewalt angreifen. Das bedeutet, gemeinsam für sie einzustehen in Ost und West und auch gemeinsam mit unseren Partnern in der Welt. Populisten und all jene, die Hass und Hetze verbreiten, setzen auf bösartige Klischees, auf Vorurteile und auf Ressentiments. Sie greifen unser Zusammenleben ganz kalkuliert an und wollen unsere Gesellschaft auseinandertreiben. Sie kämpfen gegen die Freiheit, gegen die Demokratie, gegen unsere Erinnerungskultur und gegen eine solidarische Gesellschaft, gegen alles, was unser Zusammenleben ausmacht. Wir dürfen sie nicht gewähren lassen, sondern müssen entschieden für unsere Werte einstehen. Gerade in Berlin wissen wir, dass wir die Kraft dafür haben. In unserer vielfältigen und weltoffenen Stadt, in diesem großartigen Land und in Europa lassen wir uns nicht spalten, denn uns verbindet mehr, als uns je trennen könnte. Wir wissen, dass der gemeinsame Wunsch der Menschen nach einem Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie am Ende stärker ist als aller Hass und alle Mauern. Lassen Sie uns deshalb den Blick auf das Gemeinsame richten, auf das, was wir zusammen geschafft haben und auf das, was wir zusammen noch erreichen wollen. Sprechen wir miteinander statt übereinander und verabschieden wir uns von den Mythen und von eingefahrenen Erzählungen über Ost und West, über die jeweils anderen in unserer vielfältigen Gesellschaft. Wir haben es in der Hand, gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Gemeinsam in unserem vereinten, freien, demokratischen Land und in einem geeinten Europa. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, aber dafür brauchen wir auch jede und jeden an seinem Platz, mit seinen Mitteln, jeden Tag. Meine Damen und Herren, wie so viele Berlinerinnen und Berliner bin ich in einer geteilten Stadt und mit der Mauer aufgewachsen. Über viele Jahre trennte sie Berlin und damit zahllose Familien und Freunde voneinander. Ein vereintes Berlin erschien den meisten von uns bestenfalls wie eine vage Hoffnung. Das Miterleben des Mauerfalls, Zeugen dieser Stunde größten Glücks zu sein, das hat uns und das hat auch mich sehr geprägt. Es bewegt mich deshalb heute als Regierender Bürgermeister Berlins am Brandenburger Tor zu sein. An einer Stelle, an der eben nicht mehr Mauer und Todesstreifen verlaufen, sondern an einer Stelle, die in der Mitte eines vereinten Berlins, in der Mitte der Hauptstadt eines vereinten Landes liegt. Und genauso bewegt es mich, hier gemeinsam mit Ihnen, den Berlinerinnen und Berlinern und mit unseren Gästen aus aller Welt zu sein. Feiern wir heute gemeinsam 30 Jahre Mauerfall und reichen wir uns die Hand für ein solidarisches Zusammenleben in Demokratie, in Frieden und Freiheit, zusammen und ohne Mauer. Vielen Dank und alles Gute.